Wir sitzen bei Ann-Marleen-Henning, Paar- und Sexualtherapeutin in deiner Praxis. Astrid und ich wollen am Wochenende nach Dänemark und da soll auch was tun. Ich auch. Wir fahren morgen. Achso, dann fahren wir doch mit. Also okay, wir wollen, dass was geht. Was muss man auf Dänisch sagen, dass was geht? Hi. Hi. Wow, Peter. Hi. Lass mich ab, das heißt, hallo, oder? Ja, aber das kommt drauf an, wie man guckt, wenn man das sagt. Ah, und was musst Astrid sagen? Du hast deine Bully Boxen. Du hast deine Bully Boxen. Yeah! Was habe ich gesagt? Was heißt das? Du hast eine nette Wöhnung in der Hose. Das hört sich super an. Kannst du das irgendwann mal zu mir sagen? Okay, einsatz noch für mich. Ja. Außer Hai, was kann ich noch? Nein, ähm, du hast Mocke eine. Ja, Gott lieb dir eine eine. Du hast Mocke? Du hast Mocke eine. Du hast Mocke eine? Du hast Mocke eine? Ja. Das hat irgendwas mit Augen, hm? Ja, du hast wunderschöne Augen. Oh. Ich liebe sie jetzt schon. Sie kriegt ja die Bully in der Hose, du kriegst sie auch. An Marlene Henning. Bei Talk.Dot. Du hast Mocke. Die andra. Deine g Seite. Vielen Dank.